Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute kommt eine Art Fashion Show im Kreativmodus und ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Also Lucien, du machst Fußball-Skin. Ich mache den Ninja-Style. Oh, Charlie und die Katze. Die Katze ist aber schon ein geiler Skin eigentlich. Ja, vor allen Dingen guck mal mit dem Back-Bling. Okay, finde ich passt. Ja, okay, doch. Aber die Farben passen einfach. Das ist so. So, und wir haben bereits einen, oh mein Gott, wir haben einen Fisch-Ausgegner. Oh mein Gott, nein. Und das sind bis jetzt die Gegner. Holy shit. So, jetzt kommen die Leute hin und dann müsst ihr entweder auf A stehen, wenn euch der Skin links besser gefällt oder B, wenn der Skin rechts euch besser gefällt. Und, i bims. Was seid ihr beiden? Fuck. Als ob. So, okay. Ich bin gespannt. Wieso bin ich langsam? Ich bin einfach langsam. Ich glaube, das soll... Ich bin richtig krass langsam. Ja, ich bin für ein Fisch. Ja, Fisch ist besser. Lass mich nicht durch. Ich bin langsam. Ich bin langsam. Ich hab's geschafft. Easy. Fisch ist besser. Die Kompo passt allgemein besser. Bin ich. Ich hab Angst, dass ich gleich da vorne stehe. Wieso bin ich langsam? Aura gegen... Gegen das der Gegner. Auch die Idee, wenn ich mir das gefällt. Ah... Sorry, Aura, aber das ist besser hier. Doch, das ist besser. Vor allem, weil Farbe roten ist einfach geil. Roten mit Schwarz passt richtig gut. Aber der Skin selber ist zwar nicht der Beste. Also finden wir Aura-Skin an sich besser. Aber die Kompo an sich ist besser. Ich bin aber jetzt langsam. Und ich weiß nicht mehr warum. Charlie, bist du jetzt? Nein. Nee, okay. Mida's gegen... Oh, Shadow Bomberin. Oh, ich kann mich endlich wieder normal bewegen. Ja. Okay, wer ist als nächstes? Oh, die rote Katze. Oh, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. Ich muss zu meiner Katze stehen. Musst du? Ich muss zu meiner Katze stehen. Ah, ja, Katze ist besser. Doch, Katze ist besser. Obwohl, ich... Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Beide gut. Aber ich glaube, Katze ist ein bisschen besser. Aber wenn die Kompo... Ah! Die Schwarze Kompo ihr richtig gut passt. Ich bin's, Leute! Kammern, Klang-Gener. Oh, du bist da! Leute, ich bin... Schwarze Katze gegen... Okay, das ist ein Easy Win für dich. Das ist ein Easy Win. Komm. Ja, ich... Hab ich? Ich glaube schon. Ich glaube, es stand 5 zu 4 für dich. Ah, cool! Okay, und was passiert, wenn's... Round 2 stimmt seine Modes. Jetzt kann man die Modes machen. Waschie... Da kommt man mit Poco... Ah, ja, ich muss für dich sein. Hallo? ich habe ich habe eine story erzählt ich habe eine richtig ich war einfach den ninja mir das gegen okay illusion ganz klar wie das ist wie das ist golden punkt einfach max sein so ich glaube du hast du verloren ich bin mir aber nicht sicher okay wir haben dann die katze gegen die schelle ja nein 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 da gewinnt die katze ich mach gleich die krabbe oh wenn du die krabbe machst ja drei sind es insgesamt okay wir haben wieder den skin der machen nicht auf die mitleidtour sorry nicht auf die mitleidtour ist nicht okay charlie ging ich kann mich nicht bewegen gegen den aura skin okay krabbe gute war der macht krabbe ist besser klar ich glaube schon aber ich weiß nicht sicher habe nicht geschaut okay wir haben den fisch er benutzen spray beide benutzen spray oh das ist schwierig das ist ja ich würde auch sagen ich weiß genau ich brauche ein bestimmtes item komm schon wo ist es wo ist es wo ist es ich glaube mein game ist wieder abgeschüssen nein bitte nicht wo stehst du da noch rum ja ich weiß ich kann mich nicht bewegen siehst du aber mich okay das ist das ist ja okay ja da muss ich leider für die mir ausgehen ja okay game ist abgeschmiert von dir okay dann spielen wir nur noch zu zweitschalig oh ich bin dran oh jetzt siehst du was richtig gutes na du machst gegen den fisch oh hallo ja hallo du schwebst weg und bist an der decke und du denkst wieder ich geh jetzt einfach tschüss jetzt steigen die an der decke auf wiedersehen ok wer ist das nächstes ich hab keine ahnung was ich mit meinem alten machen soll ich hab mir halt ein islamer genommen oh das ist auch ne gute wahl auch interessant war leider schon oh der typ ist nicht der macht auch den gleichen emotes da ist ja nicht was ich mit meinem alten machen soll ich muss halt nicht ja das ist ja nicht so ne gute wahl okay das haben wir schon oh jetzt haben wir zweimal das gleiche ich finde das die maus besser der andere ist eh geliebt ich bin du bist gegen ja oh wenn der andere jetzt sich was richtig gutes rauskommt oh er bringt schon wieder das das haben wir jetzt dreimal gesehen wir haben das jetzt dreimal gesehen das dreimal reicht es oh ok das sieht richtig geil aus das hat alter das sieht übelst geil aus hab ich gewonnen hab ich verloren wer weiß okay okay ich bin ja jetzt aufs modell ja jetzt kommt der top 3 auf dem dritten ist der fish ok 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 shadow bauern ok akzeptier ich fand ich jetzt nicht so geil aber und die katze ok dann geführst zuschauern und wir sehen uns beim nächsten video